So Leute, wir haben heute Dienstag, aber die Aufgaben sind jetzt schon da, aber ich glaube das sind noch nicht unsere wöchentlichen Aufgaben. Wieso sage ich das? Aus einem ganz einfachen Grund, nämlich das Problem ist nämlich die legendäre Aufgabe fehlt. Also denke ich mal, dass wir am Donnerstag dann nochmal Aufgaben bekommen. Also hol mal einfach die Aufgaben noch mit, aber was natürlich alle derzeit glaube ich gefühlt am meisten suchen, sind halt die Artefakte. Ihr wisst selber, jede Woche kommen nur 5 Artefakte raus, die wir auf der Map einsammeln können. Ich fliege hier gerade zu dem ersten Artefakt hin, was in der Satellitenschlüssel versteckt ist. Also wenn ihr Bock habt, natürlich gerne für die kleine Info, gerne einen Like da lassen, wenn auch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. Aber ich bin ganz ehrlich, hier die Season catcht mich nicht so richtig. Ich weiß nicht wie es euch so geht, aber irgendwie, keine Ahnung, vielleicht liegt es aber auch im Wetter, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ihr seht es schon, hier auf der Map ist es markiert. Da werdet ihr das erste Artefakt finden. Die anderen Artefakte werde ich natürlich auf dem Kanal hochladen. Aber ihr wisst ja, ich bin ein bisschen schneidefaul, deshalb immer ganz kurze Videos. Aber da seht ihr genau, wo dann das Artefakt sich befindet. Wie gesagt, hier in der Satellitenschüssel befindet es sich... Warte mal, kann ich ummarkieren? Hä? Wieso geht die Markierung nicht weg? Okay, sie will nicht. Also einfach hier in die Schüssel rein. Zack, 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 da sehen wir es schon. Und da ist das Artefakt. Euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Ich sammle es ein. Zack, vier Alien-Artefakte eingesammelt. So können wir natürlich den Skin erweitern. Mal gucken, ob er mich jetzt pickaxen will. Achtung. Ja, hat er noch sein Pickaxe-Kind. Ich wollte eigentlich ihn töten. Aber in dem Sinne, wie gesagt, danke für den ganzen Support bisher. Ich setze mich direkt ins zweite Artefakt rein. Euch noch viel Spaß und haut herein. Ich setze mich direkt ins zweite Artefakt.